Das vierte Match ist heutigen Abends und es handelt sich da um ein ganz besonderes Match und zwar haben wir hier ein Six-Man-Tag-Team-Match und wir warten auf die beiden Teams für die beiden Teams Die ersten Ballsräder! Der Chef des Sieges! Ivo Latino! ... Warte! 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 Jetzt hier, warte! 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 Ja, jetzt, warte! Warte, warte. Ja, jetzt sagte... Warte! Warte! Warte, warte! 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 Und die beiden Männer haben sich auf Stärkung mitgebracht. Hier ist Silenky! Ich klatsche mal lieber. Ich hab ja noch ein bisschen gemacht. Und hier ist es da! Guck mal, da muss ich jetzt einsammeln. Ja, da unten hat die Mütter. Warte, du Peerhunter! Alle Alten, bitte nicht mehr. Ja, da unten hat die Mütter. Und das machen sie nicht mehr. Das macht sie nicht mehr so. Musik Applaus Applaus So, bei so vielen Kontrahenten werde ich natürlich die Einzelne noch einmal vorstellen. Als erstes, zu meiner Linken, hier haben wir mit einer Größe von 1,82 Meter und einem Gewicht von 85 Kilogramm, August Cottbus, Robert Kaiser. Applaus Mein erster Partner kommt aus der Bonhoeffer Nervenklinik, ist 150 Euro und 110 Kilogramm schwer. Hier ist Slinky. Und der dritte Mann im Team CIVIVOR. Hier ist mit einer Größe von 1,83 Meter, ein Gewicht von 102 Kilogramm aus Spanien, Madrid, der Chef der CIVIVOR, Ivo. Das ist das Team CIVIVOR und ihre Gegner. Mit einem Gewicht von 1,70 Meter aus der Dominikalischen Republik, hier ist Röntgen. Sein Partner mit einer Größe von 1,80 Meter und einem Gewicht von 92 Kilogramm aus Berlin-Kreuzberg, Crazy Sexy. Der dritte Mann im Bunde, der diesem Team den Namen 3DS verleiht, mit einer Größe von 1,71 Meter, ein Gewicht von 86 Kilogramm. Er kommt aus dem Libanon, aber er kämpft für Deutschland. Hier ist Ahmed Schiller. Zusammen mit dem CIVIV, 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 CIVIV. Zusammen mit dem CIVIV, 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 CIV, CIVIV, CIVIV Vielen Dank.